Hallo und herzlich Willkommen! Heute gibt es wieder was zu gewinnen und zwar 500 Euro. Die Frage? Wir suchen Deutschlands erstes Video Shopping Portal mit fünf Buchstaben. Das ist doch mal was einfaches. Sie können anrufen in 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's! Na komm, 500 Euro. Da wird doch wohl wie anrufen. Video Shopping Portal. Na? Ah, da kommt auch schon der Erste. Hallo? Ich kaufe ein E. Ähm, ach, ich glaube, Sie verwechseln hier irgendwas. Wir sind nicht mehr im Glücksrad. Aber ausnahmsweise, na gut. Ich sag's Ihnen, ein E ist mit drin. Und Sie dürfen raten? Äh, Kelly. Kelly ist es leider nicht, aber weil ich heute einen guten Tag habe, bekommen Sie 20 Euro. Und tschüss. Der Echte bitte. Oh, der Hot Button leuchtet schon. Sehen Sie das? Kommt, rufen Sie an. 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's! 500 Euro Video Shopping Portal. Das ist doch was. Na komm. Ah, schon wieder ein Anrufer. Hallo? Ja, hier ist der Werner aus Neu-Ulm. Grüß dich, Werner. Hallo. Ja, deine Lösung? Einkaufszentrum. Einkaufszentrum. Ich hab leider keine 5 Buchstaben, aber naja, stimmt nicht. Du bekommst von mir trotzdem 20 Euro und weiter geht's. Schönen Tag wünsche ich dir noch. Der nächste Anrufer. Wie wäre es? 500 Euro. Videoshopping Portal. Oh, was haben wir denn hier? Wem gehört denn das Handy? Vielleicht dem Redakteur? Toni, ist das deins? Oh, deins! Ich hab' nicht das Glas selber gelöst und kann die 500 Euro einschnecken. Super, tschüss. Deins Video Shopping. Kaufen und Verkaufen per Video. Einfach mal reinklicken. Deins.de 1 2 3 2 Vielen Dank.